Kommunizieren ist komplex, zeitweise auch kompliziert und zudem nicht immer von Erfolg gegründet. Um das zu verdeutlichen, werden in diesem Video grundlegende Elemente der Kommunikationstheorie anhand des Center-Empfängermodells vermittelt. Darauf aufbauend wird erklärt, worauf geachtet werden muss, wenn im Rahmen von Blended Learning oder Online-Settings kommuniziert wird, insbesondere bei schriftlichen und asynchronen Kommunikationsprozessen. Wie Kommunikation grundsätzlich aufgebaut ist, veranschaulicht das bekannte Center-Empfängermodell von Shannon & Weaver. Wie sieht das Modell aus? Die Senderin startet die Kommunikation und benutzt dabei ein Medium, über das sie ein Signal an den Empfänger sendet. Das Medium kann beispielsweise die Luft sein, in der sich Schallwellen ausbreiten, Papier, auf das geschrieben wird, oder es handelt sich um Funkwellen und Kabel, über die E-Mails übertragen werden. Das Signal beinhaltet die eigentliche Nachricht. Diese wiederum setzt sich aus dem Inhalt, also was wird kommuniziert, und dem Zweck, also wozu wird kommuniziert, zusammen. Der Zweck der Nachricht kann dabei explizit oder implizit kommuniziert werden. Dazu ein klassisches Beispiel. Eine Lehrerin, die im Winter eine Klasse mit geöffnetem Fenster betritt, sagt, hier ist es aber kalt. Diese Nachricht kann implizieren, dass die Fenster geschlossen werden sollen. Im Vergleich dazu ist die Aufforderung, schließt bitte die Fenster, eine explizite Nachricht. Mit beiden soll aber das Gleiche erreicht werden. Beim Senden einer Nachricht wird das Signal kodiert. Normalerweise geschieht das bei gesprochener Sprache durch die Aneinanderreihung von Lauten oder bei geschriebener Sprache durch Zeichen. Versteht der Empfänger den Code, also spricht er zum Beispiel die gleiche Sprache, kann er das Signal dekodieren. Damit ist er zunächst in der Lage zu verstehen, was kommuniziert wurde. Um angemessen reagieren zu können, muss er aber auch verstehen, warum, also zu welchem Zweck das Signal versendet wurde. Darauf erfolgt die Reaktion des Empfängers. Er interpretiert dabei das Signal der Senderin und kann darauf aus Sicht der Senderin angemessen oder unangemessen reagieren. Kommunikation ist also keine Einbahnstraße. Damit sie gelingt, müssen Senderin und Empfänger zusammenarbeiten. Vielleicht haben Sie schon einmal von den vier Kommunikationsebenen oder vom bekannten Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun gehört. Nach beiden Modellen kann eine Botschaft auf vier Ebenen interpretiert werden. Kommunikationshandlungen werden aber nicht nur als gesprochene oder geschriebene Sprache kodiert. Diese verbale Kommunikation wird unterstützt von der sogenannten paraverbalen Kommunikation. Die paraverbale Kommunikation betrifft die Art der Artikulation, also Tonfall, Lautstärke und Sprechtempo. Dazu kommt als dritte Form der Kodierung die nonverbale Kommunikation, also die Gestik und Mimik der Senderin. Die nonverbale Kommunikation erfolgt häufig unbewusst. Sie kann von der Senderin aber auch bewusst dazu eingesetzt werden, um das Ziel der Kommunikationshandlung zu erreichen. Paraverbale und nonverbale Kommunikation sind zentrale Kodierungen des gesendeten Signals. Grundsätzlich gilt, je weniger Kodierungsmöglichkeiten für die Übermittlung einer Nachricht zur Verfügung stehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Missverständnisses. Wie wirken sich die nun bisher beschriebenen Faktoren und Rahmenbedingungen von Kommunikationshandlung auf die Umsetzung von Online-Phasen im Unterricht aus? Sehr oft erfolgt Kommunikation in begleiteten Online-Phasen zum Unterricht schriftlich, so zum Beispiel über ein Lernmanagementsystem. Die Kodierung des Signals, also der Nachricht, erfolgt damit durch die Aneinanderreihung von Buchstaben. Eine paraverbale und nonverbale Kodierung ist hier kaum möglich. Durch den Wegfall dieser Kodierungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen. Aber selbst bei einer Videokonferenz können ein fehlendes Videobild oder eine schlechte Internetverbindung zu Störungen im Kommunikationsprozess führen, wenn ein Kanal kurzfristig ausfällt oder nicht verfügbar ist. Es ist daher wichtig, möglichst explizit zu kommunizieren, also klar und deutlich zu vermitteln, welchen Zweck eine Nachricht hat. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund geringer para- bzw. nonverbaler Kodierungen solche expliziten Formulierungen sehr schnell als Befehle und damit als unhöflich wahrgenommen werden. Aber zu einem gewissen Grad sind auch beschriftlichen Nachrichten paraverbale und nonverbale Kodierungen möglich. Diese Kodierungen müssen jedoch auf einem einheitlichen Verständnis beruhen. Zum Beispiel kann fette oder großgeschriebene Schrift als das Hervorheben von Wichtigem interpretiert werden. Unter Umständen aber auch als unhöfliches Schreien. Zu nonverbalen Kodierungen können Emojis verwendet werden, allerdings ist dabei zu beachten, dass ein und dasselbe Emoji in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. In vielen Fällen erfolgt Kommunikation in Online-Phasen zudem asynchron, also zeitversetzt. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen, etwa wenn es Nachfragen zu einem Arbeitsauftrag gibt. Dabei können Arbeitsaufträge unterschiedlich interpretiert werden, wodurch die EmpfängerInnen des Arbeitsauftrags unterschiedliche Ergebnisse liefern. Das ist durch eine möglichst präzise Formulierung des Arbeitsauftrags vermeidbar. Ein beispielhafter Arbeitsauftrag könnte lauten, schreibe bitte eine Erörterung zum Thema Smartphones im Unterricht. Hier geht aus der Arbeitseinweisung nur hervor, dass eine Erörterung geschrieben werden soll. Der Umfang ist ebenso wenig definiert wie der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitsauftrag erledigt sein soll. Auch der Nutzen ist nicht ersichtlich. Wie könnte dieser Arbeitsauftrag also für ein Online-Setting effektiver formuliert werden? Dazu ist es hilfreich, auf Gili Selmans Konzept der E-Tivities zurückzugreifen. Die australische Bildungswissenschaftlerin empfiehlt, dafür folgende Elemente zu inkludieren. Ein Funke, also ein Stimulus, um das Interesse der Lernenden für die Aufgabe zu wecken. Ein Lernziel, was sollen die Lernenden nach Abschluss der Aufgabe können. Operatoren sind dabei hilfreiche Mittel für die Formulierung. Die Aufgabenstellung selbst. Hier kann in asynchronen Online-Phasen der Fokus sowohl auf individuelle Arbeitsleistungen als auch auf die kollaborative Zusammenarbeit mit anderen Lernenden gerichtet werden. Die Rollenaufteilung. Wer kümmert sich um Feedback? Macht das die Lehrperson oder kommt Peer-Feedback zum Einsatz? Und die formalen Rahmenbedingungen. Bis wann muss die Aufgabe in welchem Format erledigt werden? Auch ein geschätzter Arbeitsaufwand hilft den Lernenden beim selbstgesteuerten Arbeiten in der Online-Phase. Je genauer dieser formelle Teil beschrieben ist, desto einfacher ist auch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Wer also im Rahmen von Online-Phasen kommuniziert, sollte folgende Punkte berücksichtigen. Kommunikationshandlungen sind anfällig für Missinterpretationen, die dann zu Missverständnissen führen. Vor allem, wenn paraverbale und nonverbale Kodierungen wegfallen. Nachrichten sollten daher möglichst explizit und eindeutig kodiert werden. Lehrpersonen benutzen in Online-Phasen ein und dieselbe Nachricht, um mehrere Lernende anzusprechen. Hier ist darauf zu achten, dass für alle Angesprochenen ein möglichst einheitliches Verständnis darüber herrscht, wie gesendete Signale und verwendete Kodierungen zu interpretieren sind. Einen Arbeitsauftrag nach dem Modell der E-Tivities nach Gilly Selman zu gestalten, erhöht die Klarheit und Eindeutigkeit von digitalen Arbeitsaufträgen. Mit Elementen wie dem Stimulus und den formalen Rahmenbedingungen hat man als Lehrperson bessere Chancen, dass die Lernenden sowohl eine höhere Lernmotivation mitbringen, als auch die Aufgabenstellung richtig interpretieren. Das verhindert nicht nur Missverständnisse, sondern verringert auch den Arbeitsaufwand, der durch Rückfragen bei unklaren Botschaften entsteht.